Ich habe das Spiel genossen. Ich habe da für beide Sympathien, für beide Vereine. Mir war einfach wichtig, ein schönes Spiel zu sehen, wer am Ende weiterkommt. Also ich gönne es beiden und von daher war es dann eigentlich ganz gut. Absolut unnötig wieder. Wenn man sieht, was wir für eine erste Halbzeit gespielt haben, wir kommen unglücklich in Rückstand, kommen dann sehr gut zurück und haben dann eigentlich auch überwiegend den Ballbesitz gehabt und haben uns auch ein, zwei Chancen noch kreiert gehabt. Wir hatten dann vielleicht ein bisschen Pech mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung. Aufgrund der zweiten Hälfte, wo wir dann wirklich zu passiv waren und wo dann irgendwie die Luft raus war, war es dann halt am Ende auch wieder irgendwie verdient für 60 der Sieg. Für uns halt einfach wieder bitter und unnötig, wenn man sieht, wie wir dann das Spiel verloren haben. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir nachher noch den Ausgleich gemacht hätten, gerade wenn dann ein Wechselspieler Pupacemir den Ball rein spielt und ich lege auf Kaspar noch quer. Klar, es wäre natürlich super gewesen und wäre vielleicht nicht ganz unverdient gewesen aufgrund der ersten Halbzeit, aber ja, es war dann eben nicht so. Ja, also ich glaube, wer irgendwie aufgibt schon oder sowas, der hat dann hier auch nichts verloren. Wir haben jetzt noch drei Spiele, es sind neun Punkte zu vergeben. Ich denke, jeder ist sich der Chance bewusst, was wir hier noch schaffen können und alles andere zählt auch nicht. Ich denke, so wie jeder in der Mannschaft, wir versuchen halt, das Zielrelegationsplatz einfach realisierbar zu machen. Dass wir jetzt in Bochum die drei Punkte holen und dann geht's gegen FSV und gegen Dresden und wir hoffen natürlich auf ein Endspiel dann in Dresden und hoffen uns da, den Relegationsplatz dann zu sichern. Jedes Spiel, solange es noch möglich ist und es ist halt noch möglich, vor allem jetzt mit den letzten drei Gegnern und ja, wie gesagt, der Glaube ist auf jeden Fall hundertprozentig da. Ja, also der Trainer hat vermehrt Torschüsse trainiert oder Torabschlüsse aus allen sämtlichen Lagen und ja, das war so der Hauptschwerpunkt im Training diese Woche. Ja, ich glaube, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, die haben sich die Saison auch ganz klar anders vorgestellt, haben, denke ich, auch von dem Kader her ganz andere Möglichkeiten. Aber die letzten Wochen waren, glaube ich, auch nicht so stabil von denen und ich denke, drei Punkte sind da auf jeden Fall drin, wenn wir es schaffen, mal 90 Minuten ein vernünftiges Spiel hinzulegen. Ja, es ist eine gute Truppe. Ich habe es am Montag noch gesehen gegen Köln und ja, wie gesagt, stehen sehr gut in der Defensive und haben auch ein sehr gutes Umschaltspiel vorne mit so guter Pause, auch einen sehr robusten Stürmer, der die Bälle gut hält und ja, machen dann auch aus den wenigen Chancen, die da haben, machen dann ihre Tore und wie gesagt, wir müssen halt gut stehen, aber auch auf jeden Fall dann gut nach vorne spielen und schnell umschalten und unsere Chancen dann mal nutzen. Ja, ich denke, jeder weiß auch, wenn wir jetzt am Freitag nicht gewinnen sollten und Dresden holt einen Punkt oder gewinnt gegen Karlsruhe zu Hause. Das kann jetzt am Wochenende schon vorbei sein und wir müssen das Spiel gewinnen und ich denke, so wird jeder in das Spiel gehen und alles rausknallen einfach.